Nein, schau, schau, du hast schon die Art und Weise, wie der Film gemacht wird. Ich meine, ich bin ja nicht irgendein Kenner vom Film machen, aber ich meine, come on! Gut. Also ich kenne ja viele Gewerbetriebende und tatsächlich haben viele Gewerbetriebende grosse Schwierigkeiten wegen dieser Pandemie, wegen diesem Virus. Aber das CO2-Gesetz kann eine Antwort sein oder ist eine Antwort auf diese Probleme, weil das CO2-Gesetz eben genau dafür sorgt, dass man mehr Geld investiert in der Schweiz. Für erneuerbare Energien, für auch bauliche Massnahmen, für den Umbau des Gebäudeparks, für neue Heizungssysteme. All diese Sachen, die ja unmittelbar einem Schweizer Gewerbe Aufträge ermöglichen, dadurch Arbeitsplätze sichern. Also das CO2-Gesetz ist Teil der Lösung, um aus dieser Krise herauszukommen und sicher nicht eine Belastung. Für das muss man nicht Ökonomie gestudiert haben, um das zu begreifen. Darum sind ja auch fast alle Gewerbebetriebe in der Schweiz für das Gesetz. Wer dagegen ist, ist die Erdöl-Lobby, die Geld damit verdient, dass Schweizer Milliarden ins Ausland, in Länder wie Russland oder Saudi-Araben geschickt werden. Und das ist etwas, was wir uns nicht leisten können nach dieser Krise. Das bedeutet für uns alle neue und auch höhere Abgaben auf Benzin, auf Heizöl und auch auf das Fliegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es bedeutet eben nicht, dass es für alle von uns höhere Abgaben gibt. Beispielsweise mehr als die Hälfte von allen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern im Berggebiet, in meinem Kanton in Graubünden zum Beispiel, heizen heute schon ohne fossile Energie. Für all diese tut sich nicht nur nichts verändern, die profitieren. Weil eben mit der CO2-Abgabe auf Brennstoff gibt es mehr Rückverteilung. Das heisst, diese Leute kriegen mehr Geld und so mehrere hundert Franken, die sie mehr im Sack haben, um damit Konsum und Investitionen zu fördern, als wenn wir das Gesetz nicht haben. Also es ist eine Lüge, dass alle mehr zahlen. Klar ist einfach, gefördert wird ein Umbau von unseren Heizsystemen hin zu erneuerbaren. Und genau das brauchen wir. Das schafft Arbeitsplätze und das durch unseren Klimaschutz stärken. Und ich versuche etwas. Wir haben heute schon Abgaben auf dem Benzin, wir haben heute schon Abgaben auf dem Heizöl. Wir machen mit diesem neuen Gesetz nichts anderes, als diese fortzuführen bis im Jahr 2030. Man kann schon Abgaben, Abgaben, Abgaben und sagen, dass das ganz, ganz schlimm ist. Was wir heute machen, ist viel schlimmer. Heute sind 8 Milliarden jedes Jahr Geld von Schweizerinnen und Schweizer und Menschen, die in diesem Land leben, die in die Erdöl-Lobby hineinfließen. Und das sind ausländische Konzernen, Grosskonzernen, die in zum Teil sehr problematischen Ländern beheimatet sind. Und die profitieren von dem, was wir heute machen. Wir brauchen doch eine Zukunft, wo wir es schaffen, Kreisläufe zu haben in der Schweiz, um hier Arbeitsplätze zu sichern und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir endlich, endlich weniger Treibhausgas ausstoßen. Das muss unser gemeinsames Ziel sein. Die Schweiz hat sich auch dazu verpflichtet. Das ist einfach reine Angstmacherei. Ich muss ja lachen. Es stimmt, dass natürlich eine Bundesrätin oder ein Bundesrat sehr, sehr viel verdient mit diesen rund 450'000 Franken im Jahr. Aber wer viel mehr verdient, sind die CEOs von den Erdöl-Konzernen. Die verdienen noch viel mehr. Die verdienen Millionen jedes Jahr. Millionen, die wir heute zahlen, weil wir eine Wirtschaft haben, die noch viel zu stark ausgerichtet ist auf Erdöl und Erdgas. Die sind elitär. Die wollen uns weiter abzocken und das CO2-Gesetz, das von der Simonetta Sommaruga stark trägt, die wollen eben die Abhängigkeit abbauen und dafür sorgen, dass wir in der Schweiz weniger abhängig sind, dass wir weniger CO2 ausstoßen und dass wir mehr Arbeitsplätze hier vor Ort schaffen können. Es ist ja schon legitim, eine Bundesrätin zu kritisieren. Das ist das Recht von allen. Aber jetzt der Simonetta Sommaruga vorzuwerfen, sie kümmere sich nicht um die einfachen Leute, ist zynisch. Das ist eine Frau, die sich Jahre von ihrem Leben dafür eingesetzt hat, als oberste Konsumentenschützerin, dass wir alle nicht abgezockt werden im Laden oder wenn wir eine Dienstleistung kaufen. Das ist eine Frau, die sich jeden Tag dafür einsetzt, dass es in diesem Land ein bisschen sozialer zu und her geht. Die hat eben auch ein CO2-Gesetz ausgearbeitet, das sozial ausgerichtet ist, mit einer starken Rückverteilung, die die mehr belastet, die mehr herumschauen, mehr sich leisten können zu fliegen, grössere Wohnungen haben, grössere Autos haben und eben nicht die einfachen kleinen Leute belastet. Und ich finde es wirklich eine Zumutung, dass sie da so angegriffen wird. Nein, schau, schau. Du weisst schon die Art und Weise, wie der Film gemacht wird. Ich meine, ich bin ja nicht irgendein Kenner vom Film machen, aber ich meine, come on. Wir sind hier in der Schweiz und die Leute sind also nicht so dumm, dass sie auf diese Machart irgendeine Serie dreinfallen würden. so nichts, so nichts muss man eigentlich zu dieser Art von Campaigning sagen. Das ist einfach nicht wahr. Es ist reine negative Emotionalisierung und vor allem erwähnt es nicht, um was es eigentlich geht. Und da geht es darum, dass die Schweiz ihren Beitrag leistet zum weltweiten Klimaschutz, ihren Beitrag leistet, dass auch wir das Pariser Klimaabkommen einhalten können. Dass auch wir endlich, 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 es ist eigentlich schon fast fünf ab zwölfe, wirklich das machen, was notwendig ist zu unserem Planeten retten, nämlich aber mit dem CO2, aber mit dem Ausstoss von Treibhausgas. Teuer, nutzlos, ungerecht ist eigentlich ein perfekter Slogan für diesen Film und für diese Kampagne. Es ist wahrscheinlich teuer, weil die Erdöl-Lobby, wissen wir, kann sich Millionen leisten zu investieren in diese Kampagne, die nur dafür sorgt, dass sie reicher werden können. Nutzlos, weil es überhaupt keinen Nutzen für niemanden hat, ausser für die Erdöl-Lobby, die wir nicht wollen. Und von daher und elitär sind sie sowieso. Also habt ihr mal gesehen, wie die CEOs von den großen internationalen Erdölkonzernen leben. Also das sind dann die Leute, die überhaupt keinen Bezug haben. Die politischen Kräfte, die sie unterstützen, wie beispielsweise die SVP, das sind eigentlich wie die nützlichen Idioten von der Erdöl-Lobby.